Der Jagdpantan hat nun zu entfernten Positionen... Wenn du rettet, das ist einfach nur der Panther-Turm und der 20mm-Flag. Irgendwie. Was ist noch in der 75mm-Platzer-Affekt-Kanone? Oh ja, oh ja, die Brauche. Oh, fuck! Oh, was hier an Panzern kommt! Ja, hier unten auch. Halt sie noch auf, aber nicht mehr lange. Oh, die Brauche dringend Positionen. Das war's jetzt bei mir in Artillerie. Ich bin in Artillerie. Ich bin in Artillerie. Ich bringe die Bänder noch hin. Halt sie da unten in Schach oder muss ich von hinten kommen? Noch halte ich sie in Schach. Na, ich komme mal von hinten. Wir haben zwei Tanks. Der eine hat einen Motorschaden. Der wird beim Rollen repariert, aber... So, ich baue die Pack mal eben weiter hier unten. Er ist sicher, ne. Wir müssen gleich mal unten runterrollen und den Treibstoff sichern, wenn wir irgendwie hier oben immer klarkommen. Treibstoff ist... Moment, Alter. Was? Davon haben wir eigentlich genug, wir brauchen mehr Motivation. Ich nicht. Okay, ich habe genug Treibstoff. So, Panther wird gebaut. Ich brauche mal die Panzerverbrenn, Freddy. So, hier unten ist jetzt erstmal nichts mehr. So, Hauptwitze steht unten. Sprechen Sie. Panzer rückt vor. Es wird Zeit, dass wir Ihnen zeigen, was wir können. Oh, mal hinten weiter mit der 8-8-Haps. Oh, es ist hier unten schon wieder Panzer. Alter. Bauschneller, Panther. Wir haben eine Einheit verloren. Erwarten neue Instruktionen. Bereits im Zorten. Bewegung. Kampfbereitschaft. Verstanden. Bestätige Zielposition. Panzer rollt jetzt hier oben lang. Da. Der standet gleich an der Race, glaube ich. Da habe ich nämlich ein Mörserfahrzeug. Wo ist er? Weiß ich nicht. Weißer oben kommt Infanterie. Feindliche Einheit ausgelöst. Ich nehme sie jetzt schon wieder ein jetzt hier. Ich kann kotzen. Wo ist eigentlich meine Sturmpews hin? Steh'n hier dumm rum. Kommt schon, Leute. Beginnen wir mit den Rettung. Hier schwerer Panzer. Motor läuft. Wir verlieren einen Sektor. Panzer bestätigt. Jawohl. Weißer, da kommt ein 76er Schörmann in die Base. Ja, ja. Schwere Panzerwärme. Schreck einen da, Leutnant. So, Panther rollt. Achter, Achter dreht. Daneben. Atelierfeuer. Hauptgeschütz down. Ja, bei dem Fanta fällt er schon. Äh, Infant. Oh Gott. Ne, wie ganz schön. Erwarten Befehle. Naja. Melde Kampfbereitschaft. Wir holen. Setzen uns schon in Bewegung. Setz die Kiste in Bewegung. Schneller. Startet er ja auf den Infantrie wieder. Erwarten Befehle. Wir haben alles an der Einheit vernichtet. Der Panther ist ein bisschen aufräumen hier. Oh Mann, Jagdpanzer. Jo. Wir müssen den Treibstoff wieder einnehmen, sonst haben wir gar nichts hier. Wir haben sowieso gleich gar nichts mehr. Scheiße, die haben Nachtachter von mir da umgebracht. Unter Beschuss. Wieder runter. Jetzt sind wir. Die Kälte. Die Gruppe Leer hat wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. Der Bauer. 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 ich mal unten in dem moment ausgehen heiße Ohne Achterweg, Jungs, denkst du dauernd. Abbrechen! Jawohl! Bewegung! Achtung! Gruppe bereit! Den Jungs juckt es schon in den Fingern. Wir sind bereit zu holen! Ja, fand der Turm schießt auf meinen eigenen Tank. Die Kampfgruppe Leer hat wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. Wir beginnen mit Reparaturen. Jawohl! Zielposition gesichert. Kein Feindkontakt. Sturmgrenadier in Bereitschaft führt Verbesserungen durch. Gruppe in der Bewegung. Ihr schwerer Panzer. Panzer vorwärts. Ja? Verstanden. Beginnen mit Eröberung. Panzer in Bereitschaft. Wir rücken jetzt vor. Laut und deutlich. Sprechen Sie. Renatiere bereit. Geben Sie uns Ihre Befehle durch. So. Mensch Mensch. Das ist eine kranke Map. Feindliche Einheit. Oh, schon spannend. Er hat nicht genug Treibstoff. Äh. Emotionen für Raketenattorie. Scheiße. Ich hab hier unten im Wasser richtig Probleme gerade. Achterfeuern lassen. Ja, haben Sie Gott sei Dank. Achterfeuert. Es ist hier unten gleich echt hässlich. Wir sind bereit, Kommandant. Jawohl. Das ganze Squad bleibt schlüsselig. Hier steht ein Panzer. Wir haben dem Feind erneut einen... Oh, da kommt noch mehr Panzer. Ah. Der Beweger ist unfähig. Ah, fuck. Feuer doch. Spot down. Jetzt kommt der Sherman dran. Jetzt werde ich abgebrannt. Ich bin down. Tank down. Fuck you. Achtung. Panzer. Artillerie kommt. Hast du da oben Verteidigung noch irgendwo stehen? Ja, okay. Ja, ja. Oben kommen sie nicht durch. Der Feind wird von Stunden zum Kindeschwächern. Der Feind wird von Stunden zum Kindeschwächern. Wenn mein Panzer immer repariert ist, will ich unten mal den letzten Sprengstoff holen, der da noch steht. Ach, Quatsch, den letzten Treibstoff. Weil ich hab bloß plus 15. Und ich brauch so viel Treibstoff hier. Ich komm gar nicht zum Bauen. Ich hab hier unten wirklich nichts mehr an Infanterie. Ich hab auch die Pioniere. Wo unten? Ja, hier. Wo ich hier verteidige, da. Okay. Da bräuchte ich mal einen Panzer oder sowas. Da kommen die zwei Tanks, drei Tanks. Oder? Ne, zwei Tanks. Das andere war ein Wrack. Bewegung, Fahrer. Wir sind bereit, Kommandant. Schwerer Panzer. Da holt ein Tiger, okay. Drei, doch, drei Tanks. Ich hab's doch richtig geguckt. Atari fliegt. Wir haben eine feindliche Einheit vernichtet. Daneben. Weit daneben. Oh Mann, ey. Da haben wir KI. Wie hat gesessen? Außer Kontrolle, einer. Außer Kontrolle, einer. Auch geschützt da und vom anderen. Jetzt steht noch der große Sherman da. Ach, das scheiß Ding doch nicht fertig ist endlich. Jawoll. Auch ein Sherman. Oh, Tiger, Gott sei Dank. Treibstoff. Ich hab' ja echt gebraucht hier. Unserer beachtungswerten Schlagkraft ist eine weitere feindliche Einheit zum Opfer gefallen. Sprechen Sie! Wir auf den Fass! Feuer, Rabine! Bereit! Wir werden hier unter Geschuss! Ziel erfasst! Feuer! Wir haben eine feindliche Einheit verlichtet. So sind wir alle erledigt! Erwartet Befehle! Zeigt es diesen Army Bastarden! Schützen Rudel! An die Abstände denken! Der Feind wird niemals in der Lage sein, die Effizienz unseres Unterstützungsgruppen zu verhindern. Was gelohnt? Feuer! Feuer! Angriff Befehl! Einiges! Kraft, ich würde wieder, also glaube ich, herrscht perdonieren! Kannst du wieder? Wir werden. Wir werden. Wir werden. Wir werden. Wir werden. Wir werden. Wir haben es im Visier! Na los! Weg hier! Unser Geschoss! Wiederholen Sie! Neues Ziel bekämpfen! Da unten Guido. Deine Infanterie steht. Ich weiß. Weil hinten auf dem Sherman rumgegammelt. Bevor der mich absägt. Da Schütze. Das Gute ist, ich kann ja auch überhaupt nichts gegen Verteidigung bauen. Aber was solls? Sniperdorn. Ja! Sprechen Sie! Wir geben uns in feindliches Gebet. Die Heer hat wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. War es der Sniper? Gut. Den Eintrugen war der Bound da. Wir sind bereit, Kommandant. Oh, da kommt ein Panzer. Wo ist der Panzer? Eine Hellcat? Down. Die Männer haben das Sniper. Von wo schießen die? Ja, eine Hellcat? Ja, die hat es schon zerfickt. Vorsicht Glück, ich schieße an. Okay. Wir haben den Feind erneut. Neues Ziel! Wie das aussieht, wie der Dex ist. Wir haben noch eine zweite Hellkette. Wir warten auf ihre Befehle. Ach du Scheiße. Schaketenartillerie kommt. Scheiße. Schaketenartillerie kommt. Ne. Boah, ein echt Sprit ey. Ja, hab ich doch alles reingenommen. Ja. Ja. Mach die Luftbesuch! Sie schießen an uns! German down. German down. Got down. Hat der Tumorette verziehen? Ja, viel. Hat er, dass die Feuer kommt wieder? Wir waren für viele. Ja. Ich zeig euch da oben mal was lustiges hin. König. Ah, ich hab Panzer. Boah, Jagdtiger. Schwerer Panzer bereit. Schwerer Panzer rückt vor. Ja? Oh, wieder ein Beratzen, Gott. Bereit zum Vorwurf. Tschüss doch. Jawohl. Schmerzen uns schon in Bewegung. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Teng. 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 Das ist doch keine Gebäude, die man mal als Hauptquartier besitzen könnte. Oh, hier unten kommt ein Panzer. Ich sehe das schon. Wir haben Feindkräfte an. Zerschlackt ihre Linien. Durchbrechen. Weitanks, kannst du das oder soll ich Raketenattröger schicken? Ähm, ich hoffe ich schaff's. Bereit. Schnell, gebt ihnen alles was ihr habt. Panzerversammtzung in Bewegung. Ziel gesichert. Kein Panzerversammtzung. Auch ein Sherman. Ich schick Arte durch. Kann ich nicht. Kann ich nicht. So weit weg. Jawohl, versteht nicht. Heer Panzer, Panzer in Bewegung. Schafft er nicht mehr. Ich versuch da einen Achtachter hinzusetzen. Und zwar den Markenswerten schicken, ist da eine weise der feindliche Einheit zum Opfer gefallen. Kommt noch ein Vertrieb. Weiße, und kommt noch ein Vertrieb. Das MG müsste übersiegen. Dafür ist es da. Tank rollt durch. In die Base. So weit wird er nicht kommen. Weiße, weißt du, Piusquad wird abges... Oh Gott, mein Piusquad ist hin. Bissartillerie. Oh Gott sei Dank, aber gut, mein Piusquad ist trotzdem da. Ausbauen. Was kommt da denn? Next. Ja, verteidige doch mal. Versuch mal da Intrig hinzukriegen, um da eine Stellung hinzusetzen. Da ist ein Schafschütze, versuch zu basteln. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schreckt. Gebastelt. Da unten ist immer noch irgendwas. Lück mal vor mit deinem Ding jetzt. Das ist immer noch ein Patze. Ja, wenn da steckt ja keiner Atem mehr. Ja, die hat getroffen. Aber da kommt noch mehr. Upp. Die war daneben. Das macht der jetzt, der Sherman? Ja, gut. So, 8 Achter in die Richtung bauen. 8 Achter. Gibt Deckung mit dem Flüssigen, ich baue auch da. Unterdreht. Hier rennt ein Sporthof. Äh. Ja, kann ich jetzt nix gegen tun. Wollte ich auch nochmal anmerken. Die Yankees verzeichnen Bodengewinne. Äh, scheiße, scheiße. Mehr Pioniere, ich brauche noch mehr Pioniere. Bogen hinbringen. So, ich schaue mir einen Panther, will ich jetzt hier hin. So. So, ich bin jetzt hier. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Das war's für heute. Du warst, mach ihn tot, werd es rum, bitte! Aua! Probier's, schießt nicht jemand in den Lautspreis. Trink ich zu euch! Er hat dich geschossen! Ich hab dich geschossen, ja!